was geht ab wir sind mal wieder ein minecraft spaß auf der schönen dachterrasse letzte folge haben wir ja die gold boots verzauberten von dem zombie gekriegt darum habe ich jetzt auch fleißen schwert ich hoffe ab die folge gehockt wenn nicht tut das heute werden wir noch ein bisschen die welt erkunden dann nehmen wir uns die karte aus der truhe raus wenn wir das immer noch vollgemüllt weil ich ja im moment gerade am haus rum bau da habt ihr eine letzte folge mit geholfen so karte in der hand hier oben haben wir auch schon sehr viel erkundet obwohl essen brauchen wir doch nicht ich glaube ich habe jetzt erstmal aus hier steine glas noch mehr glas leitern spitzhacke können wir sogar mitnehmen weiße wolle hier essen haben wir also ich hoffe auf jeden fall das projekt kommt bei euch gut an wenn nicht könnt ihr das auch mal in die kommentare schreiben würde mich nicht so freuen so ich glaube ich habe keinen Platz mit den Truhen darum lass ich jetzt auch mal hier alles drinnen wenn wir es brauchen können wir es benutzen auch eigentlich nicht aber nicht schlimm im ofen habe ich auch noch was drinnen ja so dann latschen wird los welche richtung wollen wir laufen ich würde sagen und diese hier ja und die laufen wir obwohl habe ich jetzt voll gesagt von den weg runter bauen werde ich nächste folge machen mit euch zusammen oder allein und durch den zeigen wenn wir noch sehen was war das hier gemacht wird so für nix ich mag das nicht ist es hier pflanzen und da wird dort dort ganz ruhig es gibt was zum ja ich weiß du bist du mir etwas wer hat mir gold gelobt ja moin gold raus 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 nicht raus raus guck mal eine sache wieder hier gekriegt bisschen gold ist da ernsthaft noch der apfel im baum von von wie viel vor 15.000 wort folgen oder was ich brauche die sachen die nicht oder was wenn man ihn an uns holen wir noch mal ein bisschen holz mitnehmen brauchen wir sowieso das ist cool irgendwas kann man mit 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 pilzkuh machen eine eine suppenschale nimmt und gegen eine pilzkuh macht hat man eine pilzsuppe wollte ich noch mal eben gesagt haben wo geht es denn da wo geht es denn da so der oberste fährt sogar diese animation die so heftig darum macht man könnte auch viel mehr spaß jetzt finde ich zumindest könnte man in die kommentare schreiben ob ihr es nicht so findet bei mir ist es auf jeden fall so gehen wir entlang immer noch schräg runter einfach zurückfinden werden wir aber wir wohnen eigentlich relativ weit oben in der ecke hoffentlich finde ich es wieder naja werden wir dann sehen da geht es runter da habe ich keinen bock runter weil das muss ich wieder hoch bauen das dauert 10.000 Jahre und dann ist die Folge vorbei so die Zeit verblendet werden wir jetzt nicht verlatschen einfach mal ein bisschen rum hausschwein treffen muss gelernt sein so geben wir uns erstmal ein bisschen Schweinefleisch haben wir eigentlich ein Dorf gefunden das weiß ich gar nicht mehr schreibt doch mal in die kommentare ob ich habe ich mal eins gefunden habe ich glaube nicht das war cool aber ich komme nicht mehr raus so jetzt erstmal schaufeln in die hand nehmen und raus graben so jetzt raus aus dem scheiß Loch da da dann ich glaube ich muss ne was ist das für ein Bio sich auf der Karte grad das sieht komisch aus hä oh mein Gott da ist es die ganzen das ist nein da unten gucken alles von Unterwasserpflanzen die Abbau die Allee und sind sehr viele die mag ich nicht die haben schon mal geschlagen als ich vor Konsole gespielt habe die sind nicht nett die machen glaube ich sogar komische Geräusche sorry was ist das ich komme nicht ganz hoch da ja viele machen komische Geräusche ich weiß nicht ob ihr das gehört habt aber ich habe es auf jeden Fall die Schildkröte Schildkröte raus aus dem Wasser Schildkröte oh mein Gott warum leckt dieses scheiß Brüte so wie die Kill so wie die Kill so wie die Kill ich meine wir sind eh 10.000 10 Millionen Meter von unserem Hauswerk also aber die sind echt zu süß und wie die sich bewegen ja was ist das was ist das Seegras cool können wir in unserem Haus einpflanzen nice keinen Bock irgendwie jetzt über den Ozean zu springen hopp ja es regnet immer wieder ne so aus so zu dunkel scheiß ich hab nichts dabei kein Bett dann müssen wir uns die Nacht kämpfen ja es legt schon wieder ne es legt nicht respekt oh die Bäume ist das die Erfixenbäume mein Lieblingsbäume die Erfixenbäume in Minecraft wenn ihr damit was baut das sind die Ehrenmänner ja wichtige Ehrenmänner oder hab ich doch aus dabei ne sieht nicht so aus nicht meine kleine Mathe drauf nach mit das ist schon mal so ein bisschen spinnen oder es braucht das könnte das war weil sie wollen auch kommen ändern muss die Wolle Ende in den gröbten klagt den Tod das von mir Helmut Klauen das gelächter hätte ich gern diesen das ist ein Kripp die Krippe Krippapier was ist das für ein berg der ist ja heftig doch schon mit zwei ja und du auch dank für stürmen der reichnen das das greift nicht an das ist ein Skelett mit zwei zauberten Lederhelmen reinfern ich mich mal ganz schnell er muss essen vorwärts angegriffen worden und sterben weil wir uns nicht nachheben können warum ist das Skelett da hinten so schnell irgendwie hab ich mal Angst in meinem Kopf wenn es dunkel ist übrigens könnt ihr mir auch mal ein paar Ideen ins Ding schreiben in die Kommentare wie ich das Haus bauen soll würde mich sehr freuen soll ich Stein benutzen soll ich einen Keller bauen wenn ja was für ein soll ich ein großes Haus bauen wenn ja wie hoch schreibt mir das alles mal in die Kommentare bitte müssen zum lieben ist vor viel und dauert dort was bin ich gestorben heute bin ich gestorben ja ich gehe zum hauptmenü da habe ich keinen bock drauf da habe ich ehrlich keinen bock drauf die ganzen items wieder zu holen dauert zehn millionen jahre bis das gefunden sind alle weg das will ich nicht scheiße das ist richtig mein guft spaß wenn die sachen jetzt wechseln um das scheiße bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht nein 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 die sachen sind weg lauter die sachen sind weg nein also warum ist die weg die sache ich muss das bett mit ihr und wenn da jetzt ich habe noch knappe Erinnerung wo die Wüste ist hinter spät in die Hand schweiß wird so weiter 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 schnell runter guck mal wie wir hier schon wieder sterben ähm wo ist die Güste jetzt würde man sagen wir sind hier weiter rüber weil wir haben ja so Bogen gemacht wenn die Güste bitte die Sachen müssen noch da sein da hab ich keinen Bock drauf wir müssen die wieder finden ich hab immer die Koordinaten merken müssen und dann kann man ja einstellen ob die an sein sollen oder nicht so oft mit ihr vorliegenden und auch so rum zu wenn es ist das gut aber ich bin muss man auch ich bin ich überhaupt gestorben hat vornehmen und nicht Kuh und den Kaktus gelaufen die Kontext wie immer zurückspulen und angucken ich gestorben bin ich habe keine Ahnung oder bei den Nachwuchs von mir und wo ist die Wüste da bin ich reingefallen da bin ich reingefallen guter Musiker gut gut ich muss da hin schneller 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 da ist das Bion da ist das Bion dann schwimme ich dann eben wieder rüber ich muss da hin meine Sachen und ist reißen muss sagen nach fünf Minuten wie ich spawnen also komm her stirb so schnell so wo ist die Wüste wo ist diese komische wiesige Berg ich muss hin die Wüste ich weiß es nicht ich finde auch sonst nicht mehr zurück nach Hause Kassebomber 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 ein Glück ein Glück ist der Baum nicht abgebot muss denn ein bisschen nur die Wegstern ein kleines Stück dann habe ich meine Sachen wieder ich bin ich bin ich glaube schon ja bin ich ich habe kein Essen mehr ich muss hin ich bin ich bin schon mal wieder da aber wo bin ich hier gewesen hier oder was hier oder was hier oder was hier oder was nicht aber wo war es was ist das ist jetzt komplett die Orientierung von dir wo war das unfair ich muss jetzt mal dieses Gammelfleisch essen damit ich überhaupt auch wieder rennen kann ich muss zurück ne ich muss zurück ich guck mir gleich erstmal die Folge an wenn ich das nicht finde guck ich mir erstmal die Folge an und guck wie ich gelaufen bin vom Baum aus ich glaube ich bin am Berg vorbei auf 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 auch zu nerven und das kann nicht nur ein fleisch im es ist nicht das ist ein Baum nicht abgebaut habe aber das und wie wo es der baum geht das ist ja hier genau wo ich jetzt unter so vielleicht hier danke da was müssen die Welt kann es auch wissen wenn ich ein Verlüftung in den Lern gelaufen 100 Prozent gelaufen Hundert Prozent. Das ist so schön kurz, aber ich kill die jetzt nicht. Da gibt's auch wieder Wilde hier. Guck da ist das Skelett. So, dass ich mich abgehauen bin. Gut, damit ich auf der richtigen Spur. Nein, sie sterben schon wieder. Ja, ich will nicht dieses Gammelzeug hier essen. Ich will meine Items von hier hinten wieder haben. Ja, ein Jeep. Jeep. Warum's nicht geht? Oh, nee. Die Jeep. Danke. Muss mir Fleisch gegeben. Oh, ich hasse das. Wenn das passiert. Oh, Baby, muss ich nicht killen. Das bringt nichts. Die ganze liegte Essen rum. Nice. So. Ähm, wo muss ich... Wo hab ich diesen Bomben... Nee, den Bomben hab ich nicht abgebaut. Wo hab ich meine Sachen jetzt? Die müssen zum Gesterben nicht mal. Die sind so unfair. Er tschilt die Lamber. Eintimf... Guck mal! Da steht ein Lamborghini! Oh mein Gott! Das sind zwei Lamborghinis! Nice. Aber das ist ein Thatcher-Pack, das ist ein Hexen. Die werfen mich damit trinken ab und ich bin sofort tot. Ich habe sogar vergessen, dass ich das reingemacht habe. Da, meine Sachen. Oh nein. Stört Baby-Zombie. Ja, er ist gestorben. Ein Creeper hat mich gekillt. Meine Sachen. Komm doch, die mit mir anlegen willst du dir. Ja, komm, komm. 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 Na, kann ich nicht mal weiter oder was? Mal, wenn ich mich mal in Sachen wieder... Wenn ich jetzt sterbe, dann rast ich aus. Wo ist mein Eisenschwert? Wo ist mein Eisenschwert? So, was war es da mit der Folge, Leute? Lass ein Like da, wenn das dumm war. Ach, das mit dem Küper, ich habe das nicht mal gehört. Lass ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis zur nächsten Folge. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.